Hallo, ich bin Christoph und zeige euch heute die Verarbeitung von Alsan Fläschchen Quattro. Vor Beginn der Abdichtungsarbeiten Anschlussbereiche mit Alsan 076 reinigen, Anschlussbereiche aus Metall anschleifen, lose Schieferschuppen der Bitombahn mittels Drahtbürste entfernen. Vor der Verwendung ist das Harz gründlich aufzurühren. Einbettschicht auftragen. Vor allem bei Materialübergängen im Eckbereich oder bei vertikalen Flächen ausreichend Material vorlegen, circa 2 kg pro Quadratmeter. Zu viel Material wird beim Einbetten automatisch nach außen oder nach oben gedrückt. Das Vlies in die frische Einbettschicht einlegen. Als Faustformel sollten circa 2 Drittel des Harzes unter dem Vlies und 1 Drittel über dem Vlies nass in nass appliziert werden. Vliesüberlappungen sind mindestens 5 cm breit. Zwischen den Vliesschichten ist ebenfalls Harz einzubringen. Ohne Wartezeiten kann dann direkt das Vlies mit einer weiteren Schicht überdeckt werden. Verbraucht circa 1 kg pro Quadratmeter. Auch im Randbereich entlang der Abklebung genügend Material aufbringen. christianer